Kneift ihr euch auch manchmal und fragt euch, ob ihr im falschen Film seid? Unsere Regierung riskiert gerade einen Krieg mit Russland? Die Amerikaner zerstören unsere Gaspipelines in der Ostsee? Die Inflation explodiert, die Gasheizung kostet doppelt so viel wie vorher? Spinnen die? Wie kommen wir aus diesem Albtraum wieder raus? Hallo, sagt's mir! Ich kneife mich ständig, aber es nützt nichts.